Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust. Etwas frustriert vom letzten Mal noch. Wir sind wieder hier angekommen, wo wir, ich glaube, 150 Millionen mal gestorben sind, weil hier 150 Millionen Gegner sind. Und wir haben einfach 25 Leben. Und jetzt locken wir die an unsere Stelle des Todes. Und hier töten wir sie jetzt wieder. Ja, so mache ich das jetzt nämlich hier. Und da habe ich kurz nicht aufgepasst, wir sind fast gestorben. Ich habe halt 6 Leben, ich habe nichts. Wir haben unsere neue Rüstung an, aber naja. Wow, jetzt kann der hier hochspringen. Oh, ja. Was für ein übelster Lutschkopf. Oh, ja. Langsam locker flockig, ein nach dem anderen töten Ohne Rücksicht auf Verluste Alter Leute, ich sag euch, heute ist was geiles passiert, ey Schön, weil hier CSGO Rumble, ne Hab ich schön, Alter, 25 Dollar reingesetzt Und dann hab ich schön 1500 Dollar gewonnen Und jetzt bin ich richtig zufrieden damit Ja Das ist edel, muss ich sagen Das war eine edle Angelegenheit Mit 1,3% Winning Chance Hab ich 1500 Dollar gewonnen So muss das immer laufen So muss das immer laufen, hab ich gesagt Na, jetzt seid ihr tot So, der ist jetzt auch tot Da war noch ein Wolf Da lass ich mich jetzt nicht verarschen So low sein, keine Ahnung Die ist auch schon so super low Ist tot Immer noch nicht Jetzt aber lau mich, naja, jetzt So Numero 1 Oh, hallo Okay, haben wir schon mal angedamaged Ah, der ist gestorben Schön Haben wir einen Keks bekommen oder so Oh, nein, 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 nein Ich will dich töten Ich will dich tot sehen Boah, ich level ab Dass man für ein Level ab aber auch nicht wieder volles Leben kriegt Es ist skandaliziös Kommt mit Kommt mit, kommt mit Nee, nee, ich geb mir das nicht nochmal Kommt mit, die Schwätze Sind sie da? Alter Ich werde sterben Ich sehe das ganz genau Ich will das haben Ich will das jetzt haben Ja Wie schnell hat der sich denn umgedreht? Alter, was ist denn jetzt los? Alter Ich weiß, jetzt soll ich da unten jetzt mich hinstellen und einfach angreifen Ach, ich weiß es nicht, Mann Das ist so scheiße hier Weil ganz genau wegen sowas Dann machst du links, machst du rechts Dann kommt einer von oben Dann kommt einer von hinten Dann kommt einer durch dich durch, Alter Und dann bist du tot, Mann Ja, und das Ding ist, die springen immer hinter einen Das ist das Schlimmste an dem ganzen Scheiß Dass sie hinter einem steht Habe ich einen Keks oder so? Das war jetzt gar nicht so schlecht muss ich ganz ehrlich sagen Das ist das Problem dieses Scheiß Eis-Zapfen Alter Ah, was gibt's hier? Oh mein Gott, ein Safepunkt und ein Händler So, was geht ab, Händlerchen? So, erstmal verkaufen wir dir Was, was du noch nicht hast Und zwar das hier hast du noch nicht Also, Iris Jetzt Kaufe ich mir erstmal Scheiße, das Ding kann ich noch nicht kaufen Das ist nicht so schön Ah, wird das schön gewesen, ey Ach du Scheiße, Mann Zwei, drei, drei Gut, egal Dann kaufe ich jetzt erstmal hier bei dir ein Ich kaufe Zehn davon jetzt einfach Elf Weil Fuck you all Speichern wir das nochmal Alter Jetzt kleiden wir das da rein Dann speise ich das erstmal Wow oh okay easy peasy lemon squeezy kein ding für ein king erstmal ein bacon ding stop yes it is we figured that out on our own come daft let us get injured ah jetzt ah gut jetzt kann ich wieder bouncen auf meinem stuhl das ging vorhin nehme ich nicht das wäre nicht so nice phew welcome 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 alrighty hallo kiste dich öffne ich ich brauche nämlich wieder kohle ganzes geld ausgegeben ausstelle kannst du gehen warme pullover habe ich gezogen ne ne 180 verteidigungen leck mich fett alter herr mit dem scheiß ne n n n n Okay. Ja man, und dann gehen wir zu diesem Spaß, geben ihm seine verfickte Schneeflocke und steigen 50 Level auf. Edel. Edel einfach nur, dieser Plan ist einfach gorgeous. So, welcome, welcome, speichern, speichern. So, welcome, speichern, speichern. So, welcome, speichern. So, welcome, speichern. So, welcome, speichern. Ah really fucking really alter dieser schluss ich gehe in die nächste kiste ist nicht so was von hyper fucking wertvoll oh fuck you oh nein Alles ist cool, alles ist gut. Oh nein, das ist ja nicht hier. Pfff, sterbt alle, ihr Pisser. Pfff, sterbt alle. Pfff, sterbt alle. Beziehungsweise so dunkel. Tolle Garten, alle dumm. Ganz tolle. Oh, ich habe irgendeinen Bauplan bekommen. Für 280 Angriff. Das hat 220 Bauplatten. Shit. Was brauche ich dafür? Kann ich kaufen, das kann ich kaufen, das kann ich nicht kaufen. Das kann ich nicht kaufen, das kann ich kaufen, das habe ich. Das brauche ich, dann baue ich mir das und dann bin ich ein Gangster. Und dann bin ich ein echter Gangster. Dann mache ich... Oh, lass mich bitte hier rüber. Pfff, wie schnell er ist. Er will auch wirklich sterben, ne? Ja, das lag jetzt daran, dass ich das jetzt nicht richtig gesehen habe. Tja, aber mein Controller gibt den Geist auf. Zum Glück ist das Spiel so schlau. Und pausiert, wenn der Controller ausgeht. Okay. Jo. Nice. Ha? Ach, scheiß drauf. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Kann das aufhören, diese Scheiße. Ich seh nämlich nix. Ich seh nix. Ich bin blind. Das meine ich. Ich weiß halt nicht. Wo der ist der Wolf? Wo ist nicht der Wolf? Wo ist der andere Spast? Jetzt seh ich wieder ein bisschen was. Störb, du scheiß Dreckswolf. Uh, sind wir level up? Komm, Brunner, du hast fast. Jetzt muss ich Fidget skillen, ne? Ja, ich muss Fidget skillen. Was ist der Wichshändler? Ich hab den Burger bekommen oder sowas. Hier, was geht? Let's talk. Let's talk business asshole. Ich hab nicht so übertrieben viel Money. Aber wir können uns hier Lasagne kaufen. 320 Gesundheit. Her damit. Du Sau. Wir sind fast voll. Boah, Hasen. Wooppa. Ich weiß gerade nicht wo ich hin muss. Ich glaub ich muss da hoch. Aber. Huh? Muss ich da oben hoch? Ich weiß gar nicht. Das war's. Das ist eine Sanduhr. Und wenn wir diese Gegner hier besiegt haben, dann fühle ich mich cool. Ist das ein Rätsel etwa? Komm, den hier, komm, den tötig ich noch und dann ist Jute. Meine Fresse. Komm hoch. Jetzt sofort. Ja komm, stell dich da im Schiff. Ach komm, die machen wir auch noch. Wir machen ja alle jetzt hier. Ganz schnell hier. Das sind doch keine Gegner. Das sind doch Gegner, keine Opfer. Gleich bin ich tot. Ich seh schon. Na also, hier sind sie ja. Die ganzen Spossen, Leute. Keine Chance haben sie gegen mich, Alter. Keine Chance. Ich bin hier super calm, super entspannt. Sitze ich hier oben auf meinem Stuhl. Bin auch gar nicht angespannt, jetzt einen Hit abzubekommen. Ne, nix. Alles ist gut. Ich hab sogar noch ein Shampoo bekommen. Ja, ach, Kerle, Kiste. Gut. Dann, in der nächsten Folge gucken wir mal, wie wir diese Tür da öffnen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Töten diese Sposten jetzt noch. Wir sind jetzt eh schon viel zu cool für die gewesen. War eine gute Folge, glaube ich. Außer der Anfang. Der Anfang war wieder AIDS, aber sonst. Nice. Bis zum nächsten Mal.